Hi Guybrush! Hi Elaine! Was denn hier los? Gut, dass du fragst! Monkey Island 2, LeChuck's Revenge! Tief in der Karibik, Scap Island! Hallo, mein Name ist Scapier Threepwood und ich habe LeChuck gekillt! Die Story kennen wir! Erzähl mal was Neues! Okay, dann suche ich nach dem größten Shots aller Zeiten! Freundschaft! Meinst du etwa Big Whoop? Hey, tolle Idee! Dann suche ich den! Teil 1, das Lago-Embargo! Hallo, ich bin Lago, her mit der Kohle! Okay! Oh, voll viel Geld! Danke! Ihr kennt doch schon die Geschichte, wie ich LeChuck gekillt habe? Halt die Klammer! Oh, voll unfreundlich! Oh, ein Schiff! Hallo, ich suche Big Whoop! Wird erst mal Lago los! Okay! Oh, eine Wahrsagerin! Hallo, ich brauche etwas um Lago loszuwerden! Eine Wodepuppe? Ja, sowas! Okay, um eine zu erstellen brauche ich etwas von Lagos Haarkleidung, Flüssigkeiten und ein paar Knochen seiner Vorfahren! Cool, bis gleich! Oh, Lagos Bude! Toll! Eine Perücke, ein Hemd und ein Lago! Was denn hier los? Hau ab! Ey, nochmal wegen LeChuck, die Geschichte ist voll toll! Tschüss! Oh, ne Bar! Was ist das? Spucke von Lago! Ja mega! Was? Oh, das Grab von Lagos Opa! Lalala, ich grabe Gräber aus, zu meinem persönlichen Vorteil! Toll, ich hab die Knochen! Hey, was ist das? Oh, ne Schatzkarte! Hallo, ich bin Orly! Ich bin Kartograf! Toll, toll, toll! Hey, guck mal, was ist das? Das ist ein Viertel einer Karte, die zu Big Whoop führt! Oh, echt? Yep! Die anderen drei Teile befinden sich irgendwo auf Fett und auf Booty Island! Okay, danke, tschüss! Hallo, hier sind die Zutaten für eine Wodepuppe von Lago! Super! Hier, die Puppe! Goldig! Hallo Lago, ich folter dich jetzt! Ich flehe dich an, ich will keine Geschichte über Lechak hören! Nee, das ist was ganz anderes! Ich will Nadel in deine Wodepuppe rammen! Oh, ach so! Ey, aber die Lechak-Story ist ziemlich gut, ich hab sogar Requisiten! Moment mal, ist das Lechaks Bad? Oh, ja! Wow! Okay, ich verlasse die Insel, bye! Toll, ich hab's geschafft! Bootmann, Lago ist weg, wir können losfahren! Cool! Teil 2, 4 Kartenteile! Oh, Fett Island! Zeit, ein Kartenteil zu finden! Stehen bleiben! Sind Sie nicht Skyper Streetfoot? Nein! Okay! Zeit, ein Kartenteil zu finden! Hallo, haben Sie ein Kartenteil? Nein! Hallo, haben Sie ein Kartenteil? Nein! Hallo, haben Sie ein Kartenteil? Ja! Oh, echt? Wenn du sie willst, musst du mich vorher in einem Bett trinken schlagen! Okay! Lecker! Gewonnen! Oh, ein geheimer Keller! Und da ist ein Kartenteil! Okay, weiter zu Booty Island! Hallo, haben Sie einen Teilkarten, ich meine Kartenteil? Ja, es kostet nur eine Galleonsfigur! Ich nutze Kate Capsides Charter Service, um ein versunkenes Schiff zu finden! Okay, ich hab's! Hier, die Galleonsfigur! Danke! Hier, das Kartenteil! Danke! Und als Bonus, eine Einladung zu Governor Marlies Mardi Gras Party! Oh, da muss ich mich schick machen! Usch! Oh, eine super tolle Party! Das letzte Kartenteil! Hi Guybrush! Ah! Hi Elaine! Was machst du hier? Ich will nicht zurück! Echt jetzt? Nein, ich will nur dein Kartenteil! Arsch! Bitte nicht wegwerfen, ich brauch's wirklich! Ich muss los, tschüss! Oh, ein Baumhaus! Da ist das Kartenteil reingesegelt! Na dann kletter ich mal los! Au! Oh, ein Traum! Oh, meine Eltern! Oh, ein Albtraum! Hier ist die Karte von LeChucks Festung! Falls du dich da mal verlaufen solltest! Danke! Okay, tschüss! Tschüss! Boo! Ah, der geister Piratlin Chuck! Bleh! Schockschwere Not! Hallo, ich bin Guybrush Threepwood! Hallo, ich bin auch Guybrush Threepwood! Didi 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 Oh, da bin ja ich als ein super alter Sarge Hä? Was? Ich bringe Mick mit dem Ausbüro Warum redest du so schnell? Ha, komischer Traum Na ja, egal, zurück zum Baum klettern Oh, viele Kartenteile Je mehr, desto besser Na dann, zurück zum Wally Wusch Hallo Wally, hier sind die Kartenteile Jetzt kannst du meinen Schatz finden Ich glaub an dich, du schaffst das Okay, in der Zwischenzeit Holen Sie bitte etwas von mich bei der Wahnsagerin ab Wird gemacht Wusch Hey, was ist denn da in der Kiste? Oh, nix Pff, ha? An den Geisterpiraten Lechak Oh Teil 3, Lechaks Festung. Oh, Lechaks Festung. Voll gruselig. Ein Glück, dass Lechak nicht mehr im Leben ist. Oh, hi, Wally. Bitte befreien Sie mich. Ich kann grad nicht. Sorry. Ich weiß, wo Big Whoop ist. Oh, ich hab doch Zeit. Wir müssen nach Dinky Island. Es ist quasi um die Ecke. Okay, bin gleich zurück. Ich muss den Zellenschlüssel finden. Ach, da ist er ja. Oh, ein Käfig. Hallo, Guybrush. Oh, ein Zombie-Pirat. Ey, bist du etwa El Carlo? Nein, ich bin's, Lechak. Oh. Oh, eine Foltermaschine. Wenn diese Kerze durch das Seil brennt, wirst du in diese Säuregrube fallen. Oh, voll gemein. Okay, na dann. Bis später. Tschüss. Tschüss. Okay, Wally, ich denke, es ist klar, wie wir hier rauskommen. Ich pinkel die Kerze. Ich spucke die Kerze. Was? Was? Ich spucke die Kerze aus. Ja, gute Idee. Toll, wir sind in Sicherheit. Ja. Wo sind wir? Haben Sie ein Feuerzeug? Nee, aber ich hab diese tolle Kerze. Aha, das muss wohl das Kerzenlager sein. Toll, hier Dinky Island. Oh, Dinky Island. Oh, hallo, Herman. Hallo. Hast du ein Kartenteil? Ich meine, weißt du, wo Big Whoop ist? Nein. Willst du vielleicht über Philosophie reden? Nö. Hallo, Papagei. Weißt du, wo Big Whoop ist? Ja, da drüben. Danke. Oh, so nah am Ziel. Ich bin so aufgeregt. Ich benutze eine weitere Kerze, um Big Whoop auszukraben. Hä? Da ist es. Big Whoop. Hä? Hi, Guybrush. Hi, Elaine. Was ist denn hier los? Gut, dass du fragst. Monkey Island 2, Let's Jaxen Rentsch. Tief in der Karibik. Scab Island. Hallo, mein Name ist Guy bei Three Foot und ich... Später. Ja, das war's im Grunde. Oh, mein Seil ist gerissen. Ah, usch. Oh, ein dunkles Zimmer. Ich mach mal das Licht an. Klick. Hallo. Ah. Du kannst mir nicht entkommen. Doch, kann ich. Nö, weil wir sind einander gebunden. Ach ja, wie denn? Wir sind Brüder. Krass, was geht. Und jetzt steche ich auf deine Wudupuppe ein. Hä? Ah. Oh, ich wurde in einen anderen Raum teleportiert. Ich bin entkommen. Hallo. Ach Mist. Okay, ich muss eine Wudupuppe von LeChuck bauen. Alles, was ich brauche, sind ein bisschen Haare, Kleider, Spucke und die Knochen seiner Vorfahren. Gut, dass unsere toten Eltern hier sind. Hi. Gib mal deinen Bart her. Oh. Deine Unterhose. Autschi. Und ich benutze Pfeffer, um dich zum Niesen zu bringen. Hutschi. Gesundheit, danke. Das Pfefferpastel ist aus dem falschen Spiel. Oh, ein Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Aufzug. Oh, Mealy Island. Okay, ich packe alle Zutaten in eine Tüte. Toll, eine Wudupuppe von LeChuck. Nimm das, Bruder. Oh nein. Geschafft. Guybrush, nimm meine Maske ab. Nein. Bitte. Okay. Chucky. Es tut mir alles sehr leid. Ich vergebe dir. Oh, voll schön. Hey Kinder, Zutritt verboten. Kusch. Äh, Entschuldigung. Oh, ein Jahrmarkt. Danke, dass du deinen Bruder gefunden hast, Chucky. Kein Problem. Hä? Ich wünschte, du würdest nicht einfach so weglaufen, junger Mann. Was? Naja, kommt. Lasst uns Karussell fahren. Yay. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee, ist alles in Ordnung. Hihihihi. Okay. Okay. Ich wünschte, du würdest nicht einfach so weglaufen, wenn du den Bruder gefunden hast. Ich wünsch dir, du würdest nicht einfach noch weglaufen. Vielen Dank.